Ein Zufall bleibt am Ende des Tages immer noch ein blöder Zufall, oder? Und die Hunde hinter mir, ja, es ist Laminat und die trappeln rum und es ist ziemlich nervig und ich werde sie wirklich rausschmeißen. Sie ahnen noch nichts von ihrem Glück, aber sie werden bald ihr letztes Stücklein leben. Ziemlich absurd. Oder unseren Innen, oder unsere... Young Dick, Young Ding, Young Dick, Young Dick. Hey, lieber Leo, Leo hat mir einmal noch... Oh, dass die Vorfälle so unglaublich, unfassbar scheinen, dass ich den Satz vollkommen falsch vorgelesen habe und er jetzt einfach null Sinn mehr ergibt. Punkt! Da hat der Hund geschnaucht! Sie haben sich dem Licht abgewandt und liegen im Schatten und wandeln zwischen den Reihen. Schnauze! Was ist denn euer scheiß Problem? Hüten und... Die scheiß Lampi ist ja auch ein kierpalierter Rizikai. Ein seltenes, nicht vorausge... Eifeketze... Katze! Lanzelot ist jetzt persönlich am Mikro. Merling, mach mal was. Los, Merling. Merling, los. Gib, los. Rein, ins Mikro. Oh no. Oh, Zickenkrieg. Zickenkrieg! Zickenkrieg unter Möpsen. So wahr Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Sogar... Mein Fresser! Halt die Schnauze! Ein so unvollstellbar großer... Großer... Großer, du Pünnel. Die Sonne geht und der Mond tritt an deine Mutter. Von Huan sind verdammte Ficke noch mal. Oder? Oder... Oder mit... Oder mit... Oder... Och, Arthus! Die Betonung war gut! Warum ist das nicht? Mann! Die Betonung war gut!